Der Winter geht, der Frühling kommt Mit dem Irish Heartbeat Festival Rund um den St. Patrick's Day 2023 Schmidt Grooney Holland Mit ihrer Stimme lotet sie die Höhen und Tiefen aus Zwischen Himmel und Erde Fourth Moon Celtic Grooves mit Ohrwurmpotential So spannend wie eine musikalische Reise zum Mond Und The Outside Track Irische Mystik mit Stepptanz-Einlagen Ausgezeichnet mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik Und mit der Stimme von Theresa Horgan Und am Ende gibt's die große Festival Session Beim Irish Heartbeat im März In Deutschland, in Österreich und der Schweiz Feiern Sie mit Rund um den St. Patrick's Day bei den Stimme von Stimme